Seid gegrüßt, liebe Freunde des HSV und der Rautenperle. Ihr habt euch nicht verguckt, das ist der Community Talk, das ist Scholle, das ist Yannick hier und das ist das Volksverstand. Und wir legen los. Ja, ganz investigative Zuschauer werden herausgefunden haben, dass das nicht unser normales Setting ist. Das Studio ist ein bisschen im Umbau, hier herrschen Bauarbeiten bei uns im Studio, deswegen haben wir uns behelfsmäßig ins Stadion gesetzt, noch ein paar Leute eingeladen, das Ding einmal voll gemacht. Ist eh immer leer hier, insofern ist genug Platz. Was soll der Geiz? Aber an sich hat sich sonst nicht viel verändert. Scholle ist wie immer da, schön, dass du da bist. Yannick, schön, dass du da bist. Und schön, dass ihr eingeschaltet habt und wir hier heute die Chance haben, nach bestem Wissen und Gewissen eure Fragen zu beantworten. Scholle, die Frage mit den meisten Likes kommt diese Woche, glaube ich, von Thomas S. Und er stellt eine Frage, die viele HSV-Fans bewegt hat, gerade vor Anpfiff gegen Hannover. Was sollte die Aktion mit Winsheimer? Der Junge ist für mich aktuell einer der besten Spieler in der Saison, zeigt Leidenschaft und Wille und wird dann auf die Bank gesetzt und Kittel darf spielen. Sind doch die falschen Signale an den Jungen. Doch hat das gleiche Tune mit Ambrosius getan im Bochum-Spiel. Ja, was sollte die Aktion? Antwort, Antwort. Meine Antwort habt ihr ja vielleicht auch im Blitzfazit und vorher schon vor dem Spiel gehört, hier bei der Live Couch. Ich war auch sehr überrascht, habe es bis heute nicht verstehen können, habe zwischen den Zeilen rausgehört, dass auch Dani Tunes inzwischen als einen Fehler eingesehen hat. Er hat zwar gestern im Gespräch noch einmal davon gesprochen, dass er Dudziak in der Rolle ein bisschen aufleben lassen wollte, dass er Dudziak etwas mehr Freiheiten geben wollte offensiv. Aber ehrlich gesagt kann ich das nicht ganz nachvollziehen, Sonny Kittel aufzustellen. Also hat mir vor dem Spiel gesagt, das ist immer, nachher weiß man es immer besser. Klar, wenn jemand so dumm gelb-rot kriegt, dann meckert man und sagt, den hätte man niemals aufstellen dürfen. Aber das weiß man vorher nicht. Aber trotzdem, sportlich hätte man ihn auch tatsächlich draußen lassen können zumindest und hätte dafür locker einen Manuel Winsheimer spielen lassen. Auf jeden Fall hätte ich Winsheimer nicht rausgenommen. Ich sehe es genau wie Thomas als falsches Signal. Bei Ambrosis habe ich genauso gemeckert, da fand ich das auch schon falsch. Wenn ein junger Spieler und ein älterer Spieler, wenn die auf Augenhöhe sind, würde bei mir immer der jüngere Spieler spielen, solange ich mit einer Mannschaft in einer Entwicklung stecke. Und das tut der HSV, das proklamiert er für sich. Insofern bin ich der Meinung, sollte man das auch etwas konsequenter leben und den jungen Spielern, gerade denen, die sich immer wieder reinhauen, wie Manuel Winsheimer, das Vertrauen schenken. Kein junger Spieler mehr, aber auch jemand, den wir viel zu selten gesehen haben, wie viele meinen, unter anderem auch Luis1887. Er fragt nämlich, warum bekommt Kinsombi keine Chance? Trainiert er nicht gut oder was sind die Gründe? Kinsombi fehlt so ein bisschen die Spritzigkeit. Also das, was Jeremy Dudziak an guten Tagen oder wie jetzt in der zweiten Halbzeit gegen Hannover hat, das fehlt Kinsombi so ein bisschen. Und Kinsombi ist tendenziell eher der offensivere Mittelfeldspieler, also kein reiner Sechser, sondern eher der Achter, kein klarer Zehner, aber ein Achter mit Torgefahr. Wenn er wirklich topfit ist, wenn er alles hat, was er anbieten kann, dann ist er für mich eine ganz, ganz definitive Verstärkung für die Mannschaft, weil er eine unglaubliche Torgefahr mitbringt. Aber er strauchelt so ein bisschen. Und das ja nicht nur seit heute oder seit gestern, sondern schon seit Monaten. Wenn er auf den Platz kommt, spielt er mal gut, aber dann auch wieder zwei, drei Spiele danach nicht gut. Und das ist halt etwas, was man sich bei der Konkurrenz auf der Position nicht erlauben kann im Moment. Und deswegen ist er draußen. Music-Star Franz Halzenbeek. Warum nicht immer so wie ab der 35. Minute gegen Hannover? Einsatz, Wille, Leidenschaften, Dinge, die ich als Fan für selbstverständlich halte. Natürlich ärgert man sich über die vergebenen Torchancen, aber man hat sich welche erarbeitet. Mit so einer unglücklichen Niederlage kann ich als Fan umgehen. Die Spiele gegen Bochum und Heidenheim dagegen machen mich sauer. Dich auch? Auch genauso. Ja, sehe ich tatsächlich ganz genauso. Es ist nichts Weltbewegendes, die Basics immer wieder abzurufen. Das ist halt die Laufbereitschaft, das ist der Kampf. Manchmal ist es aber auch leichter gesagt als getan, weil man als Mannschaft ja mit einer Spielphilosophie auf den Platz geht. Und wenn man gegen Hannover, wie Daniel Thunis ja nach dem Spiel sagte, mit einer hochpressenden Mannschaft rechnet und die auf einmal gar nicht so hoch pressen, dann ist man erst mal ein bisschen perplex. Dann muss man aber reagieren können. Und das macht dann wieder die Qualität der Mannschaft aus. Und auch natürlich des Trainers dann am Ende, wie er dann in dem Moment umstellt. Da hat der HSV Probleme gehabt gegen Hannover. Das hat er vorher gegen andere Mannschaften gehabt, weil sie zu tief standen. Jetzt ist es andersrum gewesen. Bochum, muss man dazu sagen, hat auch sehr gut mitgespielt hier in Hamburg. St. Pauli hat sogar hochgepresst die ersten Minuten. Also ja, der HSV ist da vielleicht noch nicht so flexibel, wie Daniel Thunis den HSV gerne hätte. Und da muss der HSV ganz stark daran arbeiten mit dem Trainer. Vor allem der Trainer muss daran arbeiten. Ab der 35. Minute, für mich war es eigentlich wirklich direkt mit der gelb-roten Karte. Das setzt in der Mannschaft aber nochmal was frei. Das darf man auch nicht vergessen. Wenn ein Spieler runtergeht, weiß ich als Mitspieler, jetzt muss ich nochmal einen Schritt mehr machen. Dann mindestens ein Elftel muss ich mehr laufen, um den Spieler, den wir jetzt nicht mehr dabei haben, auszugleichen. Das wissen alle. Das gibt nochmal so einen kleinen Schub automatisch. Das ist aber nichts Neues. Das kennen wir ja. Immer danach wird erzählt, dass es nach dem Platzverweis schwerer war, gegen die Unterzahlmannschaft zu spielen als vorher. Also das ist ja kein Phänomen, das neu ist. Und das hat sich hier beim HSV auch eingestellt. Ich hoffe nur, dass der HSV das Gute aus diesem Hannover-Spiel mit rübernimmt jetzt nach Darmstadt. Und dass er das halt dann dort konserviert und vielleicht noch ein bisschen ausbaut mit elf Mann. Rautenperle Jusen Malte wirft schon mal einen Blick in die Winterpause. Er schreibt die, in Anführungsstrichen, Winterpause ist ja auch nur knapp eine Woche lang. Rückt nun näher. Glaubt ihr, dass der HSV im Winter noch was machen wird, kann, hinsichtlich Transfers, also machen wird oder machen kann? Oder ist das ganze Pulver mit Sterrodde verschossen worden? Nein, man ist ja jetzt schon dabei. Man bereitet es ja so ganz langsam vor, indem man lanciert, dass der ein oder andere Spieler im Winter gehen dürfte. Man versucht, die Spieler auf dem Markt zu platzieren, damit man sie abgeben kann. Dann, ich glaube, es wird schwer. Hinter der Jung, genau. Kinsombi ist auch einer, der platziert wurde, der aber von sich aus eigentlich sagt, er möchte gar nicht weggehen. Jonas David verleihen, Amici verleihen. Genau, Amici und David sollen verliehen werden, nach Möglichkeit zu vereinen, wo sie mehr Spielpraxis kriegen, was ich sehr sinnvoll finde. Aber man versucht natürlich hier schon, Ressourcen freizuschaufeln, um dann am Ende im Winter nochmal etwas machen zu können. Ich glaube auch, dass der HSV Bedarf hat. Gerade was die linke Seite hinten betrifft, da ist definitiv noch was zu tun. Dann kann man immer mal gucken, ob man offensiv vielleicht noch eine Verstärkung dazu bekommt. Also insofern, da ist Bedarf. Und ich hoffe, dass der HSV im Winter noch das ein oder andere, die eine oder andere Rochade herrschen kann zwischen Spielern, die gehen und neuen, die kommen. Jack Kessler, Jack. Jack has a question to US-Talent Travion Sousa. Wurde ja im Oktober wegen Disziplinlosigkeit rausgeworfen. Jetzt sind angeblich Premier League-Vereine an ihm dran, darunter Liverpool und Man United. Hätte man so einen Spieler vielleicht eine zweite Chance geben müssen? Da muss ich Jack leider sagen, er hat nicht nur eine zweite, er hat auch eine dritte und eine vierte Chance bekommen. Das Problem war, er hat sie nicht genutzt. Und irgendwann ist es dann einfach so. Es gibt ja auch Spieler, die sich vielleicht irgendwann nicht mehr wohlfühlen und die es dann ein bisschen provozieren und sich einfach als unverträglich präsentieren. Bei Travion Sousa habe ich mir erzählen lassen, ist es tatsächlich so gewesen, dass er nicht nur einmal, sondern mehrfach halt gegen die Regeln verstoßen hat. Dann sogar mit der Vorwarnung, dass es dann das letzte Mal wäre und er gehen müsse. Irgendwann muss der Verein dann auch die Konsequenzen seinerseits ziehen und dann ist es natürlich schade um das große Talent. Aber man muss dazu sagen, er hätte sich hier in Hamburg dann wahrscheinlich auch nicht in diese Richtung entwickelt, wie er es jetzt offensichtlich zu tun scheint. Premier League-Klubs, da warte ich auch nochmal ab, ob sie ihn holen und wenn sie ihn holen, ob er da dann spielt. Das sind ja auch nochmal zwei ganz, ganz große Schritte, die ja da gehen muss. Travion Sousa, er ist ein tolles Talent gewesen damals, muss ich sagen. Als er reinkam, haben alle gesagt, Mann, das wäre tatsächlich einer für die linke Seite gewesen, der da auf der Verteidigerposition und auch offensiv ein bisschen was machen konnte. Aber gut, manchmal ist es so. Manche Spieler finden halt hier in Hamburg nichts zurecht und wandern dann woanders hin und dort finden sie ihr Glück oder auch nicht. Wenn er so bleibt, wie es hier am Ende gewesen sein soll, ich spreche immer im Konjunktiv, weil ich war ja nicht direkt dabei, ich habe es ja nur gehört. Also wenn er so sich da präsentiert bei Arsenal, dann hat er genau eine Woche und dann ist er da raus. Wird auch immer häufig in der Community diskutiert, wann er mal wieder zum Friseur geht. Aber ich finde, jetzt wenn ich hier auf unseren Rohrschau-Monitor gucke, tut der Greenscreen deinen Haaren gut. Das ist noch ein ganz neuer, interessanter Effekt. Siehst du? Oh, ich habe aber das... Jaja, das kann ich sehen. Also Schroder hat nicht die Haare gefärbt, das ist einfach unser... Sieht gut, das ist unsere neue Technik. Wir machen weiter mit B2L. Warum spielt Wagnermann eigentlich nur so sporadisch? Mir gefallen die Ansätze bei ihm sehr gut, glaube aber, dass er sich einspielen muss und somit häufiger von Anfang an spielen muss. Zudem frage ich mich, warum Jonas David keine Chance bekommt. Er steht ja sogar kaum im Kader. Ja, bei Jonas David ist es die Konkurrenz ganz einfach. Da muss man im Training einfach das Gefühl haben, dass er mindestens das zeigt, was die Konkurrenz zeigt, wenn nicht noch mehr. Das tut er offensichtlich nicht aus Trainersicht. Bei Joscha Wagnermann bin ich genau dabei. Dabei, das sage ich auch, einen Spieler muss man auch manchmal zu seinem Glück zwingen. Das heißt, man muss ihm die Spielpraxis geben, die Zeiten, auch wenn er dann mal einen Fehler macht, muss man drüber hinweggehen. Wie bei Onana genauso. Das ist für mich dann auch ein Teil der Entwicklung. Solange ich das Gefühl habe, dass die Spieler sich entwickeln, würde ich sie auf den Platz stellen. Und danach spielt er aber mehr, ne? Und danach spielt er sehr regelmäßig. Ich bin mal gespannt, ob er jetzt gegen Darmstadt spielt. Ich glaube, dass der Trainer durchaus in der Regelung zieht, ihm mal eine Pause zu geben. Kommen wir gleich noch zu. Achso, kommen wir auch noch zu? Ja, also wäre schade. Ich bin auch dabei, ich bin ein großer Freund davon, jungen Spielern viel Spielzeit zu geben. Gerade dann, wenn ich das Gefühl habe, dass sie richtig Potenzial haben. Und bei Jonas David habe ich immer das Gefühl, das ist alles noch, die Dose ist noch nicht geöffnet. Da fehlt noch was. Der explodiert irgendwann. Er muss natürlich aber auch von sich aus, muss er noch ein bisschen mehr machen. So wie gegen Hannover, zweite Halbzeit. Fand ich, hat er eine große Leistungssteigerung hingelegt. Da hat er offensiv dann Wege gemacht. Teilweise sogar so offensiv und so intensiv, dass vorne die Anspielpositionen fehlten. Einmal knapp, wo er den Ball dann flach in die Mitte spielt und Terodde da mit der Fußspitze den Ball verpasst. Also das sind die Dinge, die er mehr machen muss noch. Und dafür braucht er natürlich Spielzeit. Deswegen gehe ich mit und sage, ja, ich würde ihn auch spielen lassen. Wobei, in der Dreierkette hat Jamra hinten sehr gut gespielt. Und ja, man hat mit Bacchariata ja auch noch jemanden, der über den Außen Tempo machen kann. Manuel Winsheimer hat man. Also es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie einen Mangel an Personal hat. Du hast schon auf das Darmstadt-Spiel so ein bisschen geteased. Und da hat Lukas Möws eine Frage zu, auch explizit an dich. Scholle, erzähl mal, wie würdest du die Mannschaft auf das Spiel in Darmstadt einstellen? Und wen würdest du spielen lassen? Liebe Grüße, macht weiter so und bleibt gesund. Ja, also ich habe mir sagen lassen, Darmstadt immer ein relativ tiefer Boden ist. Entschuldigung. Wenn es die Witterung von heute zumindest so ein leichter Nieselregen und eine hohe Luftfeuchtigkeit. Dann muss man damit rechnen, dass es ein sehr kampfbetontes Spiel wird. Darmstadt, muss man dazu sagen, spielt sehr straight im Fußball. Also die spielen schon relativ hart. Haben dann vorne mit Dursohn jemanden, den man immer schön hoch und weit anspielen kann. Der macht da richtig Alarm. Das ist ein Spieler, der für mich auch sehr interessant ist. Gerade in der zweiten Liga ist er ein sehr interessanter Spieler. Ist ein Hamburger. Aber der HSV muss gefeit davor sein, dass man auf eine Mannschaft trifft, die wirklich meiner Meinung nach zu Unrecht da unten steht. Ich wundere mich immer. Aber sie spielen richtig gut, drehen Spiele, wo sie zurückliegen und verlieren Spiele, wo sie vorne liegen. Also die Mannschaft ist halt in sich noch nicht so gefestigt. Das muss man versuchen zu nutzen, indem man natürlich dann wirklich Nadelstiche setzt mit Toren. Am besten das ist das Leichteste, das ist klar. Aber wie gesagt, das ist nun wirklich leichter gesagt als getan. Aber es wird ein schwieriges, es wird ein hartes, es wird ein sehr intensives Spiel. Man muss auf jeden Fall körperlich bis an seine Grenze gehen. In dem Spiel, da bin ich mir ganz sicher. Man fragt Nettojunge. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass die Fragen, die als erstes gestellt werden, oft auch die meisten Likes haben? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Als wäre das das Prinzip der Sendung. Wollte ich ganz sagen. Das machen wir eigentlich immer so. Oder versuchen wir. Wir sind wie immer stets müde. Letzte Frage für heute kommt von Anton Dreyer. Und er möchte wissen, warum sehen alle HSV-Fans direkt so schwarz? Es war doch klar, dass nicht alles direkt funktioniert. Aber warum bringt gerade gefühlt jeder Unruhe in den Verein? Das ist doch das, was letztes Jahr auch da war, was wir jetzt nicht gebrauchen können. Oder wie siehst du das? Ja, ich habe es ja in einigen Blogs auch beschrieben. Ich glaube auch, dass man im Moment gerade diese Skepsis im Moment nicht so angebracht ist, wie sie es in den letzten Jahren war. Das Problem dabei ist, ich habe natürlich jetzt hier überhaupt keine Argumente auf meiner Seite, weil der HSV in den letzten Jahren halt immer dann, wenn sowas anfing, auch wirklich geliefert hat im negativen Sinne. Dann hat man tatsächlich Krisen bekommen und am Ende ja oftmals dann auch noch den Abstieg verdattelt. Beim HSV hat sich diese Skepsis über Jahre entwickelt. Das muss man sagen. Der HSV an sich, der hat einfach extrem viele falsche Entscheidungen getroffen. Immer wenn es wichtig wurde, wurde verloren. Und das zog sich jetzt nun wirklich über die letzten, ich sage mal, fünf Jahre mindestens schon hinweg. Und insofern ist das halt einfach so, man glaubt ja auch irgendwann nicht mehr dran, weil man dann auch immer diese Beteuerung, jetzt wird alles gut und jetzt machen wir es besser und so weiter. Das hat man in den letzten fünf Jahren in den Paaren ja auch immer gehört und wurde immer wieder enttäuscht. Und zu oft enttäuscht zu werden, fördert dann natürlich irgendwann auch das Misstrauen und die Leute glauben nicht mehr dran. Insofern ist das hier in Hamburg nachvollziehbar, dass die Leute nicht mehr dran glauben. Aber ich glaube im Moment, tatsächlich sollte man der ganzen Entwicklung, die sich da beim HSV abspielt, eine größere Chance anräumen, als es viele tun. Ich werde es weiter so beschreiben, wie ich es sehe. Und ich glaube, dass der HSV viel Potenzial hat, gerade auf der Trainerposition. Mit seinen Ideen kann man hier mit Sicherheit viel entwickeln. Der Trainer möchte mitwachsen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor für eine Mannschaft, die sich entwickeln will. Dass die Mannschaft nicht das Gefühl hat, der Trainer ist auf einer anderen Ebene als die Mannschaft. Und ja, ich hoffe, dass das auch angenommen wird und dass sich das dann auch in Ergebnissen niederschlägt. Weil positive Ergebnisse geben dem Trainer auch Ruhe und der ganzen Mannschaft natürlich. Da vielleicht nochmal jetzt auch nachgehakt. Investigativ, wie schätzt du die Situation um Tune ein? Kriegt er die Zeit? Das besprechen wir jetzt eigentlich jede Woche. Aber es ist etwas, was ja viele HSV-Fans sich wünschen. Ja. Was macht dich optimistisch, dass er weitermachen darf? Einfach, dass da auch Fachleute am Werk sind, die wissen, dass der HSV sich gerade entwickelt. Man muss, wenn man entwickeln will, dann muss man auch einige Täler durchlaufen. Am besten nicht zu lange. Drei Niederlagen in Folge ist schon sehr viel. Aber trotz allem muss man ganz ehrlich sagen, hat der Trainer einfach ein großes Potenzial. Er hat ein großes Potpourri an Ideen. Er hat viele taktische Varianten. Ihm fehlt natürlich noch ein bisschen das Spielermaterial, vielleicht für das eine oder andere, was er versucht. Und das sieht dann nicht gut aus. Aber er versucht es zumindest. Und alleine dieser Versuch macht ihn für mich schon sehr interessant. Weil, wie gesagt, seine Ideen kann ich nachvollziehen. Und ich weiß, bei den Wechseln bin ich tatsächlich auch baff. Da weiß ich immer nicht genau, was er damit bewirkt. Oder warum er dann den einen oder anderen von vornherein draußen lässt, wie Vince haben wir jetzt zuletzt. Klar, da bin ich dann auch ratlos. Aber er hat zumindest immer einen Plan. Und vor allem hat er ein Auge dafür, zu erkennen, was falsch war. Und versucht, das dann zu verbessern. Es gab vorher ganz viele Trainer, die schon so lange dabei waren, dass sie gesagt haben, Leute, er räumt Fehler ein. Er räumt Fehler ein. Ja klar, er muss natürlich aufpassen, dass er nicht zu viele Fehler macht und zu viele einräumen muss. Aber es gab vorher Trainer, die einfach von sich behauptet haben, sie wissen schon alles, sie haben alles schon erlebt und wissen auch ganz genau, wie man mit der Situation umgehen muss und sowas. Haben dann etwas gemacht, dann hat das auch nicht funktioniert. Das ist meistens dann, finde ich zumindest, schlechter, als wenn ein Trainer sagt, dass das dann nicht funktioniert, wir versuchen jetzt das. So, und das funktioniert dann vielleicht nur bedingt. Der Trainer an sich, wie gesagt, nimmt sich hier mehr mit der Mannschaft in ein Boot, setzt sich mehr mit der Mannschaft ins Boot. Und das ist für eine junge Mannschaft, für eine Mannschaft, die sich entwickeln soll, finde ich ganz wichtig. Schöne Schlusswort. Ja. Dann vielen Dank, Scholle, für deine Zeit und deine Einschätzung. Und für die grünen Haare, oder was sind das? Blaue Haare, grüne Haare? Ich bin mir nicht sicher. Grün soll das eigentlich nicht bleiben. Sieht ein bisschen grau aus. Ja. So eine gewisse Reife, so eine gewisse Seriosität, die wir sonst nicht. Gut. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja. Wir sehen uns bald wieder. Bleibt gesund. Alles Gute. Ciao, ciao. Ciao. Wie fandest du den? Ich sehe auch nicht, wo der herkam. 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 Untertitelung des ZDF, 2020